Psychotherapie-Filmausbildung. Was bedeutet das Psychotherapie-Filmausbildung? Wir alle kennen den Begriff Psychotherapie, mit dem wir uns ja auch oft hier beschäftigen in den Audios. Und wir kennen vielleicht noch nicht diesen Bereich Filmausbildung. Das ist hier die tatsächlich bewusste Kombination von einer Psychotherapie, von einer Beratungsausbildung, wie auch immer wir das nennen wollen, und eben einer Filmausbildung tatsächlich, dieses Gemeinsame und damit eben diese neue Art von Psychotherapeuten-Ausbildung. Mit dem Thema wollen wir uns hier beschäftigen. Das heißt, es geht letztendlich darum, alle menschlichen Themen, die wir so kennen, die so typischerweise bei Menschen auftauchen, Konflikte, aber auch Nicht-Konflikte, also die typischen Lebensthemen, verdichtet in einer authentischen Thematik oder in einer authentischen Inszenierung und dem Umgang damit eben darzustellen. Das heißt, die Lernenden, die Erfahrenden, die Selbsterfahrenden, die vielleicht auch nur Filmlernenden oder Schauspiellernenden oder eben Psychotherapielernenden oder als Beraterfungierenden oder die Leute, die Coaching-Ausbildung haben wollen, all die, das kann man ja zusammenfassen, haben eben eine gemeinsame Ausbildung und die werden zu einer Einheit oder hierdurch zu einer Einheit von Rollenspielern und authentisch Agierenden. Ich betone, es geht um das Rollenspiel und Rollenperspektiven haben wir im Leben sehr, sehr viele. Wir begleiten als Menschen immer wieder sehr viele Rollen. Wir lernen geradezu am Modell. Das Modelllernen ist in der Verhaltenstherapie, in der modernen kognitiven Therapie etwas ganz Wichtiges. Also was liegt näher, als eben in der Rolle etwas zu inszenieren und in einer Rollendarstellung sich als Protagonist zu erfahren und hier eben auch möglichst in der Kombination mit den authentischen Lebensthemen das eben tatsächlich zu bekleiden. Das heißt, geschützt sind diejenigen, die solche Ausbildungen machen in ihrer Rolle, natürlich durch die Rolle. Das heißt, sie haben nicht ihre authentischen Namen. Dadurch kann ich Psychotherapie betreiben, vielleicht auch in einer gewissen Authentizität, also in einer Eigenheit der jeweiligen Person. Sie ist aber durch eine Rolle geschützt, weil sie in Anführungszeichen nur oder tatsächlich nur eine Rolle spielt. Das ist sehr wichtig. Das heißt also, die Lernenden, um es nochmal zu sagen, werden zu einer Einheit von Rollenspielern und authentisch Agierenden. Wir haben Konfliktbetroffenheiten oder wir haben Konfliktthemen und auch Nicht-Konfliktthemen der Betroffenen und dadurch eben sehr unterschiedliche Perspektiven. Und dadurch haben wir Perspektiven sowohl in der Klientenrolle als auch in der Therapeutenrolle. Was in einer guten Ausbildung immer wieder sehr wichtig ist, dass ich lerne, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Also einerseits die Beratende, die Coachingrolle, die Therapierolle und andererseits die Klientenrolle oder Betroffenerolle oder eben Rolle desjenigen oder derjenigen, die Bedürfnisse haben. Das alles ist natürlich eine Portion an ziemlich dichter Selbsterfahrung, wenn ich eine Rolle spiele, auch wenn ich es jetzt ad hoc aufnehme und vielleicht nicht oft probe und übe, ist es durchaus eine andere Herausforderung, als jetzt sich am Tisch gegenüber zu sitzen oder in einer Runde gegenüber zu sitzen und das alles so nur live zu erfahren, ohne dass eine Filmaufzeichnung erfolgt, also eine wichtige Selbsterfahrung. Nämlich Selbsterfahrung für uns als Persönlichkeiten, die erfahren und vor allen Dingen lernen und durch diese Erfahrungen und durch das Lernen voranschreiten und sich als Persönlichkeiten entwickeln. Das alles ist gleichzeitig eine Dokumentation. Also man kann es jetzt nur als Dokumentation nehmen, wo man immer wieder nur drauf hält und das Ganze dokumentiert. Auf der anderen Seite aber auch eine Inszenierung. Das heißt also, es geht um Szenendarstellung oder vielleicht sogar um Drehbuchverwirklichung, in dem man bestimmte Themen tatsächlich erspielt. Wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, Schutz durch die Rolle. Jeder bekommt eben eine Rollenperspektive und ist quasi durch seine schauspielerische Qualität oder Persönlichkeit geschützt. Wir nehmen Konfliktperspektiven ein, wir nehmen die typischen Lebensperspektiven ein und wie ich schon sagte, die Entwicklungsperspektiven und ist es ein Lernen durch das Erfahren der Rollensituation, wie auch immer die hintergründige Thematik aussehen mag. Dadurch ist es ein relativ dichtes Miteinander in einer bestimmten Zeit. Also ein Zeitraum kann jetzt ein halbes Jahr sein, der kann vielleicht auch nur drei Monate sein, der kann portionsweise stattfinden, wo man vielleicht zehn Tage am Stück hat oder sieben Tage am Stück hat oder vielleicht ein Jahr die Ausbildung hat. Also das ist sehr variabel und flexibel. Das Ganze hat den Vorteil, dass es ortsunabhängig ist. Es findet also nicht nur in einem Seminarraum statt oder in einem Unterrichtsraum statt, schon gar nicht mit irgendwelchen Stühlen, die da in der Reihe wie in der Schule gestellt sind, sondern es ist lebensecht. Also die beliebigen, der Film hat ja den großen Vorteil, er kann sich überall inszenieren, ob das im Wald ist, ob das im Hotel ist, ob das in Paris ist, ob das in Berlin ist oder in Freiburg oder in Heidelberg oder Gott weiß wo, ist es sehr flexibel. Das heißt also tatsächlich eine richtige Ortsunabhängigkeit und dadurch ist das Ganze improvisierend kreativ. Ich betone auch improvisierend, weil das Improvisationstalent, das wir alle in uns tragen und das wir alle haben, ist etwas sehr Kreatives. Also aus den vorgegebenen Mitteln etwas zu machen und zu veranstalten, zu lernen oder lernen, zu kommunizieren, miteinander zu kommunizieren, aber auch zu monologisieren in dem Rollenspiel, in dem Aufeinandertreffen und so weiter, ist etwas sehr Wichtiges. Dadurch haben wir verschiedene Perspektiven des sogenannten Set-Wechsels. Ein Set ist eben dann die Örtlichkeit, wo es stattfindet, auf der Straße, auf dem Bürgersteig, in einer großen Menge von Menschen auf einem Platz, in einer Gruppe, einzeln, im Dialog, im Monolog, auf der Bühne, außen, innen, selbst sogar, und das ist ganz wichtig an der Stelle, auch konkrete Prüfungsinhalte bezüglich schriftlicher oder mündlicher Prüfungen können dargestellt und inszeniert werden und natürlich exploriert werden und eben in der besonderen Darstellung auch agiert werden. Also letztendlich ein gemeinsames Werk, das zusammen erarbeitet wurde durch diese unterschiedlichen Persönlichkeiten und Rollenperspektiven und als erfahrene Lerngrundlage dient. Und damit haben wir natürlich letztendlich so etwas wie eine Art von Mehrfachausbildung, also eine Therapeuten-Ausbildung, Beraterausbildung, Coaching-Ausbildung, wie auch immer wir die Themen dann verbraten wollen in den einzelnen Berufsabschlüssen, die de facto dann möglich sind, eine Kommunikationstrainer-Ausbildung und so weiter durch Schauspiel und eben moderne Filmästhetik, die, wie ich das in einem anderen Artikel dargestellt habe, mit einfachen Mitteln in der heutigen Zeit gut darstellbar ist und eben auch sendbar ist und lieferbar ist für einen Zuschauer, für ein Zuschauerpublikum als auch für die Beteiligten, die sich das Ganze dann nochmal ansehen, die sich selber in ihrer Aktion, in ihrem Rollenspiel tatsächlich beobachten und wahrnehmen und daraus nochmal neue Perspektiven gewinnen. Also ein echtes Lernprogramm durch Film, wie gesagt als Mehrfachausbildung, wo man sehr unterschiedlich partizipieren kann und wo man eine andere Art von Ausbildung geboten wird als die typische Schulausbildung, wenn nicht sogar verschulte Ausbildung oder wenn wir heute in den akademischen Bereich gehen, diese Universitätsausbildung, die wir im Vorlesungssaal haben, vielleicht mit den Tutorials, dann nochmal dichter haben, also wo nur vier, fünf, sechs Personen lernen, also hier etwas sehr, sehr Dichtes eben auch und damit sehr Wertvolles von der Lernerfahrung, die man machen kann in einem gewissen Zeitabschnitt. Das soll mal hier der Hinweis darauf sein, was uns in Zukunft erwartet oder was man eben noch aus solchen typischen Ausbildungen gestalten und machen kann.